yo hey leute was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen resource pack vorstellung und ich zeige euch heute mal ein pvp resource pack so kann man es wirklich nennen weil es wirklich absolut darauf ausgelegt wir können ja hier mal runter also die blöcke sind jetzt auch nicht so scheiße also man kann es nutzen gar kein problem aber der fokus liegt definitiv nicht bei den blöcken sondern leute bei diesem inventar guckt euch an es ist wirklich cool also ich nehme jetzt mal hier bogen was hat man noch oft ein dia schwert bisschen rüstung und so also es sieht schon sieht schon episch aus ich kann euch das mal so zeigen also hier mit so einem schwert zu verhalten macht übelst die laune ich habe das in vielen pvp runden getestet und es ist wirklich hammer geil also kann ich euch echt nur empfehlen ich kann euch mal noch ein bisschen was zeigen was essen trifft ist ja auch immer wichtig diese goldene äpfel die sind gar nicht golden sondern sie sind einfach so regenbogen farben das habe ich noch nie gesehen ist aber total interessant wir können den ja mal vertilgen aber geht nicht weil im game rück sind okay aber man kann den so in die hand nehmen ihr seht ja regenbogen farben und ziemlich glänzend auf jeden fall auch sehr cool und natürlich brote hat man ja sehr oft das sind so die standard brote hat man am start aber hier mit dem inventar auch so mit dem auswählen ich finde das ist irgendwie sehr gut hier kann man die schön verkloppen und so also eigentlich ziemlich geil gemacht so wir können ja auch mal ein bogen spannen so also ich finde das ist ziemlich geil und dann hat man da vorne halt dieses visier können ja mal hier scheiß spinnen ihr kannst auch schon ein bau sparen mit mit der kacke also leute geht richtig gut eigentlich richtig geiles pvp resource pack also leute ich kann es euch nur empfehlen ihr findet natürlich den download in der video beschreibung holt es euch holt es euch auf jedensten holt es euch so wird wollen wir denn noch so ein bisschen was brauchen wir denn noch so beim pvp rüstung und so ich weiß es nicht ich glaube ich kann jetzt nicht aus dem gamemode rausgehen deswegen kann ich euch das jetzt leider nicht zeigen die rüstung an mir selbst aussieht aber es ist auf jeden fall ich habe es schon getestet auf jeden fall es sieht ganz gut aus vor allem weil diamant und gold und hier eisen ist halt variiert das andere ist halt standard ansonsten ist er halt nicht viel anders hier sieht man dann noch mal die diamanten die sich verändert haben und hier das hier ist der zeitblock kennt man ja auch aus dem creepy craft so sieht nämlich auch der niederstern aus der zeitblock bei bw meine ich jetzt auf deways.net brauchst der zeit bei quick beat wars naja aber kommen wir jetzt mal ein bisschen zu den blöcken ein bisschen zu den blöcken kann man ja auch eben mal da noch zeigen aber wirklich ist wirklich auf reines pvp ausgelegt also wenn hier manche blöcke vielleicht nicht so toll sind dann wird es wahrscheinlich daran liegen hier zum beispiel leute es ist halt so dass hier auch wirklich viele standard texturen drin sind muss man einfach so sagen fast alles standard texturen was blöcke betrifft also wenig eigenes drin aber das ist nicht so schlimm denn da steht es auf jeden fall gut ja mir gefällt es auf jeden fall gut aber auch wirklich nur zu den pvp zwecken das ist mir noch ein paar bilder ich kann euch ja auch mal die mobs zeigen wir können ja mal ein bisschen hier runter hier geht es glaube ich runner mit diesem nee ich weiß immer nie so richtig wo es hier runter geht mal hier glaube ich oh hier geht es in der netter oh hier war ich noch nie egal brauchen wir aber nicht unbedingt weil bei einer swive games und oder sowas da werden wir auch kein netter haben deswegen ist das mal nicht so ganz wichtig hier geht es runter wunderbar alles klar inventory ist halt so ne mischt da beschauen hier geht es nicht runter geht es in eine hülle aber das ist auch ganz cool höhle so ganz normal halt auch mit den resis und so ist jetzt nichts großartig besonderes ja dann habe ich bin ich wohl schon wieder im falschen haus gelandet ist auf jeden fall stark okay das steht aber auch immer was dran habe ich gar nicht darauf geachtet muss ich ehrlich sagen aber vielleicht ja hier geht es runter ich glaube schon ja klar hier oder da ja sie geht hier geht es runter wunderbar wir fliegen mal eben nach unten und schauen uns das ganze mal von unten auch an ich hoffe mal dass da ordentlich was los ist so ja Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja Leute, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr eure Vorschläge mal von Resus-Packs in die Kommis ballert. Oder einfach mal schreibt, ob ihr wirklich mal ein paar mehr PvP-Resus-Packs sehen wollt. Dann lasst mich auf jedensten wissen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt doch wirklich mal ein Like da. Das würde es echt bringen. Wäre schön. Und ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Und bis dahin. Macht es gut. Tschüss.